Ja, in zwei Tagen ist es soweit, der 24.12. steht vor der Tür und dann gibt es bei den meisten Familien wieder Geschenke. Dabei wird es sich oftmals um Weihnachtsgeschenke handeln, aber es gibt auch Personen, die am 24.12. Geburtstag haben und dazu kommen wir jetzt in diesem Video. Hier habe ich euch nämlich fünf berühmte Persönlichkeiten herausgesucht, die am 24.12. geboren sind. Los geht's! Am 24.12.1973 wurde Stephanie Meyer geboren. Sie ist unter anderem dafür verantwortlich, dass wir heutzutage die Twilight-Quadrologie kennen, um Bella und Edward. Am 24.12.1971 wurde Ricky Martin geboren, auch bekannt mit dem vollständigen Namen Enrique José Martin Morales. Er ist ein berühmter puertorikanischer Sänger. Im Jahr 1957, am 24.12. wurde Hamid Karzai geboren, ein bekannter afghanischer Politiker. Am 24.12.1945 wurde Ian Fraser Kilmister geboren, auch bekannt unter Lenny Kilmister, ein britischer Sänger und Gründer der Band Motorhead. Am 24.12.1941 wurde Hans Eichel geboren. Er ist ein deutscher Politiker und ehemaliger Bundesfinanzminister. Das war's mit diesem kurzen Video über berühmte Persönlichkeiten, die am 24.12. Geburtstag haben. Und falls ihr euch für weitere Geburtstagsvideos interessiert, dann findet ihr hier ein Video zu Personen, die im November Geburtstag haben, hier zu Personen, die im Dezember Geburtstag haben. Und hier oben könnt ihr mir gerne als kleines Weihnachtsgeschenk ein Abo dalassen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch dann schöne Weihnachtsfeiertage. Wir sehen uns hoffentlich danach wieder und ciao!